So, willkommen zurück, wie wir quasi im nächsten Video weiter, weil es ist ja nächste Mission Das gehörte anscheinend ja eigentlich noch mit zur Flucht Und joa Jetzt düsen wir hier glaube ich zu einem Boot irgendwie und da müssen wir auch ganz doof drin rumlaufen und rumballern Ist alles ziemlich eng gehalten dort, mich richtig erinnere, schauen wir mal Na ja Warten Sie hier Okay, wir sind bereit Evans, Sie gehen mit mir unter Deck und suchen die Waffenkammer Dann machen wir die Motoren unbrauchbar Bleiben Sie bei mir und überlassen Sie mir das Regen, bis hier deutsch besser ist Bottas, Sie bleiben hier Halten Sie sich jederzeit abmarschbereit Okay Das ist Ja Zu Besuch beim Feind, wa? Na gut Bitte um Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen Erlaubnis erteilt Na super Das kann ja was geben, ja Na gut Dann geht's ja gleich richtig die Party ab, bestimmt Wenn Sie die Waffenkammer des Schiffs Oh, gut Durch diesen Hangar sollten wir nach unten kommen Ja Das können Sie nicht ganz gut Aber ich habe sie Fruit Unfortunately Ich will das Ich kann die Waffenpark Müll Lass Ich kann dich das Ich will nicht Ich kann die Waffenänzen Ich kann das Ich kann das Soll ich da jetzt reinlaufen? Oder was? Hm. Komisch, aber gut. Oh, das Ganze noch nie in here. Schon im Piener und Scheiße. Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Hm. Hm. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Nehmen Sie eine Waffe und Sprengsätze schnell. Die Dampfkessel sind entlang dieses Korridors. Dann ziehen Sie die Sprengsätze im Vorbeigehen. Wir wimmeln das gleich vor Kaut. Ja. Na klasse, Alter. Du bist doch crazy, Junge. Ja. 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 descrição zu können. Ja. Nou. Ja. Na komm Schau dich Ich weiß, dass du da bist Ich hab da seine Waffe auf den Boden gelegt Junge, Junge, Junge Na komm Ja, sogar Granaten Dürfen sie sich beide schlafen gelegt haben, nicht wahr? Da jedenfalls so aus Hab dich gehört, Kumpel Sichere hier mal ein bisschen die Gegend Na komm Oder hab ich nur erwischt Glaub ich nicht Doch, scheint so Cool Was? Wo? Ja, ja, wa? Nervenaufreibendes Spiel hier wieder Und hier kamen wir ja, ne? Würde der Kollege ja eigentlich nicht so weit weg sein Können wir auch hier mal zurück Gucken Mal ein bisschen umgucken hier Ohne Orientierung ist das halt nix Das ist schon vorgelaufen Merkwürdig Ja, na gut Ja, na gut Kein Zug, ne? Gut Haben wir dieses Kellergeschoss hier erledigt Und der speichert so schon Und der speichert so schon Gibt mir mal brave Ruhe Das war so klar, ey Habt euch gehört, Jungs Wo ist er? Wäre das zur Zeit? Nein, irgendwo da oben, ne? Da Da Boah, ja Ah Ihr Säcke, ey Echt nicht mal schlafen, Kumpel So stellen sie die Luftabwehrradarsysteme nahe der Brücke Ohja Ohja A try A try Ah, verdammt Man sterbt ja endlich mal alle hier Shit, ey Wieder da oben, oder was? Muss hier hinten irgendwie weg, ne? Alles nix, ja? Habe ich gesehen Oh Mann Da könnte ich schlank Kann ich ja hoch Ich kann da hoch Okay Hm Boah, alter Ist jetzt langsam gut, ja? Mal ein bisschen umgucken hier Komm mal hoch, ne? Hier hinten mal irgendwas ist Irgendwas kommt Keine Ahnung Auf jeden Fall kommt man hier hoch, ne? Na ja Gut Dann will ich mich hier mal umschauen Erlangen sie die Patrouillen-Lockbücher, aha Da kann ich nämlich auch in die Tür rein, ne? Na gut Erstmal hier hoch gehen Mal schauen Na ja Okay Gibt's hier irgendwas noch? Gibt's hier irgendwas noch? Na gut Zumindest bin ich nicht gestorben dabei Hm Ja, glaube ich da rein oder andere Seite? Die goldene Frage Ich versuch's hier Was? Äh, was? Was? Zum Geier Zum Geier Der Fall Hm Oh Mann So ein Sack Los, 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 los Na komm Gut, 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 gut Rückzug Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Boahima Haut der mir voll seine Wummel von hin und hat zwar ja gut aber ich glaube ich muss hier irgendwie hoch, ne? Oh Gott Das ist orientierungsmäßig richtig für den Eimer hier Sie sind hier! Ah! Shit Na gut, aber dann hat er das für mich übernommen Hm Elfmäßig ziemlich am Eimer hier Von hinter mir über mir Das kann noch nicht wahr sein Gut, mach mal in der nächsten Folge weiter Bis dann! Tschüss! Tschüss!